Bus, ja. Bus? Ja. Alexandra. Was denn jetzt wieder mit Alexandra? Hast du den Bus vorhin schon gesehen? Nein. Hey, ich habe nichts gemacht, Baba. Was denn immer auf Belkorn, was denn immer auf Belkorn? Was denn immer auf Belkorn, was denn immer auf Belkorn? Was denn? Dass du das immer sagst in dem Video rein? Ja, du hast mich doch gar nicht gemeint. Nee, ich hab Alexander vorhin gesagt. In dem Video, der hat das... Das stimmt, der war auch mal hier auf dem Balkon und hat das im Video gesagt. Das weiß ich, hier. Stimmt, der stand da hier, wo du jetzt stehst. Hat doch auch immer was gesagt im Video rein. Immer, jedes Mal. Wieso hast du jetzt gesagt gehabt, wieso hast du jetzt gesagt gehabt, dass du wieder, wie du das rein sagst? Was? Du meinst, dass der immer, dass der immer in das Video rein sagen tut? das ist gut Hehehehe! Baba! Papa! Papa! Ich mache nichts. Ich habe nichts gemacht, Papa. Hör bitte auf. Du hast es vorhin so gesagt gehabt, dass er das immer wieder rein sagt. So gesagt. Mama, guck mal. Mama, guck mal. Mama, guck mal. Ich mache nichts, Mama. Ich mache nichts. Mama, guck mal. 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 Ich wollte wissen, ob du das vorhin so gesagt hattest. Hör mal. Dass der das dauernd in die Video rein sagt. Dass der das dauernd in die Aufnahme rein sagt. Dass der das in die Aufnahme rein sagt. Dass der das in die Video rein sagt. Wenn du schon immer draußen aufgepasst hast. Wieso hast du vorher gesagt, dass du nicht aufgepasst hättest. Wieso hast du behauptet, dass du nicht aufgepasst hättest. Wieso hast du behauptet, dass du nicht aufgepasst hättest. Ich wollte nur gefragt haben, warum du... Mir doch nicht, Mama, mir doch dich. Ihr. Ich gebe ihr keine Antworten mehr. Ich gebe ihr keine Antworten mehr. Ich habe nichts gemacht, Mama. Ich wollte du wissen, wieso du vorhin gesagt hattest, dass du nicht aufgepasst hättest. Ich habe nicht aufgepasst. Das hat sich jetzt nur geärgert. Verarscht. Das ist nicht verarscht, richtig? Du hast aufgepasst, richtig? Hast du vorhin gesagt, dass... Hast du vorhin gesagt gehabt, hast du vorhin gesagt, dass du das in die Video rein sagst? Dass du das in die Aufnahme rein sagst? Oder hast du gesagt, dass der das in die Video rein sagt? Dass der das in die Aufnahme rein sagt? Hast du der oder du gesagt? Der. Dass der das in die Video rein sagt? Dass der das in die Aufnahme rein sagt? Oder hast du gesagt, dass du das in die Video rein sagst? Dass du das in die Aufnahme rein sagst? Dass du das in die Aufnahme rein sagst? Du. Ja, richtig ist. entweder hast du gesagt oder der gesagt also du oder der gesagt dass der gesagt richtig ich kann jetzt nicht mehr schlafen guck mal nach der uhr ich dachte die sonne kommt nicht durch baba da ist doch die sonne zu sehen habe ich jedoch gezeigt das habe ich dir doch gezeigt da guck mal da hinten ist noch die sonne da hinten ist noch die sonne ach so ich hab mich vertan das war keine sonne hallo weil die sonne ist so weit unten sondern steht weiter unten die sonne steht weiter unten die sonne ist so weit unten besonders soweit unten die sonne steht weiter unten doch man sieht die sonne hallo guck mal schnell guck mal schnell bitte wo die sonne zu weit unten steht obwohl die sonne zu weit unten steht obwohl die sonne zu unten steht obwohl die sonne weiter 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 unten steht obwohl die sonne zu weit unten steht obwohl die sonne zu weit unten steht obwohl die sonne zu weit unten steht mama sieht man trotzdem so eine leichte